ein wunderschönen guten morgen servus leute recht herzlich willkommen zum heutigen dax tagesausblick inklusive szenarien für donnerstag den 8.8 wir schauen uns mal den markt an und versuchen dann in den szenarien die wichtigsten levels für den dax herauszufinden schauen wir uns den wochenschart als erstes an und hier sehen wir dass die lunte sich wieder verlängert hat wir sind wieder über 17.400 jetzt gestiegen das ist ja so ein bisschen die marke für mich so darüber eher ein bisschen long darüber eher der abverkauf der lunte und gerade war auch die tageskarte oder die wochenkerze sorry schon wieder weiß gewesen also die frage wird halt hier weiterhin sein schafft es der dax nach oben richtung 17.720 das gäbe noch zu schließen ja oder nein auf der unterseite wie gesagt sobald der markt hat wieder unter 17.400 fällt besteht die möglichkeit dass wir die ganze lunte wieder abverkaufen und dass der anstieg den wir jetzt hier aktuell sehen von weit über 400 500 punkte dass das nun rücksetzer in der bewegung war die dann nach unten aufgelöst wird allgemein gesprochen muss der dax für mich gar nicht weiter nach unten fallen warum nicht wir gehen mal ganz kurz hier in die markt technische struktur rein und dann zeige ich euch noch mal wieso weshalb warum schauen wir uns das ganze mal hier an und zwar sehen wir dass der dax eine aufwärtsbewegung gesehen hat von dort aus eine korrektur dann ein neues allzeithoch von dort aus wieder eine korrektur dann wieder eine bewegung und der dax hat es hier geschafft gehabt dieses hoch von einem widerstand zu einer unterstützung umzubauen was ich jetzt hier gerade noch mal markiert habe das tief hier und dann hat der dax er ein neues hoch hinterlassen und dieses hoch welches er hinterlassen hat das haben wir jetzt getestet also rein von der technik her müsste der dax hier gar nicht tiefer fallen könnte von hier aus dann auch wieder weiter im trend steigen sollten wir hier unter diese 17.000 punkte marke fallen dann kann es durchaus passieren dass die gesamte trendstruktur hier in sich zusammen kollabiert wieder in richtung 16.500 fallen und dann auch hier runter richtung 15.000 punkte wieder fallen könnten aber so weit sind wir noch nicht deswegen wäre es schon wichtig eine lange lunte zeigt erstmal dass man bereit war das tief zu kaufen und sicherlich auch spannend als vorlage für die nächsten wochen dann gehen wir mal direkt rein in den tagesschart auf der linken seite seht ihr den tagesschart rund um die uhr und auf der rechten seite den tagesschart 8 bis 22 uhr und ihr seht dass sich die chartbilder schon deutlich unterscheiden auf der linken seite seht ihr die kerze von gestern grün markiert auf der rechten seite seht ihr die kerze rot markiert dadurch dass im overnight handel wirklich viel los ist und das gleiche ist auch heute passiert gehen wir mal in den heutigen overnight handel rein da seht ihr der markt ist hier von hier unten von 17.260 wieder nach oben gestiegen auf 17.500 also wieder über 200 punkte ging es hier im overnight handel nach oben wir haben es jetzt ganz kurz vor 9 uhr also sprich da ist jetzt schon auch der handel ab 8 uhr mit dabei aber im handel ab 8 uhr da sehen wir sie auf der rechten seite da haben wir jetzt mit dem gap eröffnet und jetzt zur interpretation also wenn wir uns den chart rund um die uhr anschauen gerade den tagesschart dann würde ich davon ausgehen dass das hier so mehr range ist also tagestief vom dienstag und vom mittwoch plus das overnight tief vom donnerstag könnten hier eine unterstützung bilden das tages hoch vom dienstag wo wir jetzt hier schon dran waren oder dann vom montag plus vom gestrigen handel vom mittwoch wäre dann der widerstandsbereich und darin könnte der markt dann hier durchaus vielleicht auch so ein bisschen rum seitwärts laufen ja ein bisschen seitwärts die seitwärts bewegung ist immerhin 400 über 400 punkte also von daher kann da schon auch sehr viel passieren deswegen auch so ein bisschen mehr auf die intraday muster darauf achten im chart auf der rechten seite 8 bis 22 uhr ist das bild ein bisschen bärischer denn wenn der dax es nicht schafft über das tages hoch vom dienstag rüber zu laufen dann sehen wir hier ja hier im chart ist das eine ganz lange doch den wir dann nicht mehr kaufen würden und wenn da jetzt der dax anfängt sein gap nach unten zu schließen von gestern plus noch das tagestief von gestern nach unten unterschreitet dann sähe die tages kerze hier eventuell so aus und dann wäre das eher zum thema passend wir unter der 17.400 verkaufen wir eher die lunter aus dem wochenschart und könnte dann hier auch in richtung freitag das ganze nach unten auflösen wenn da einfach die panik zu groß ist dass es halt geopolitisch eskaliert das ganze auf der anderen seite ganz klar für den range charakter auf der linken seite ist natürlich die möglichkeit gegeben dass der dax auch den dort von gestern wegkauft in der positiv variante und wir versuchen wieder erneut an das tages hoch vom mittwoch dran zu laufen und dann eventuell auch nach oben das gap zu schließen bei 17.720 als nächstes gehen wir direkt rein in die szenarien wir sind jetzt hier bei den szenarien angekommen die habe ich für euch jetzt schon fertig skizziert werde sie später veröffentlichen ich möchte euch das ergebnis zeigen aber es ist natürlich am ende die essenz aus dem wochen chart tages chart dazwischen kommt noch der stunden und 15 minuten chart das habe ich jetzt erstmal hier für euch ausgelassen also gehen wir mal rein und fangen wir mal an wenn der dax es schaffen sollte über 17.500 hier zu bleiben dann wäre das erste ziel da ist er jetzt ja schon reingelaufen dieser lokale widerstandsbereich um 17.565 das war hier gestern so ein tief gewesen das wäre so die idee wenn aber der dax jetzt da wieder durchgeht und seine trendstruktur die er jetzt hier aufrecht erhält auch wenn wir uns den chart oder ihr euch den chart noch anschaut inklusive overnight handel und diese trendstruktur kann der dax hier weiter nach oben vollziehen durch diese 17.565 durch dann weiter zu laufen und das immer an einem wichtigen bereich dort kommen wir einmal an das setra gap close an dem point of control von gestern und an das tag ist die vom freitag was gleichzeitig auch das vor wochentief ist ihr seht dass es klumpt sich hier doch einiges und das kann natürlich entsprechend ein widerstandsbereich darstellen der auch hier lokal mit einem widerstand zusammenpasst mit einem lokalen hochpunkt von gestern späten nachmittag und wenn da der markt scheitert dann könnte es hier natürlich durchaus in das alternative short szenario reingehen welches euch hier eingezeichnet habe das wäre das alternative short szenario falls hier oben der widerstandsbereich halten sollte schafft der dax es hingegen über die 17.600 17.615 hier drüber zu steigen dann wäre das ziel in richtung des tages hochs von gestern aber weiter anzusteigen bei 17.667 dann sind wir auch an dem tages hoch inklusive overnight vom montag drin das ist hier die blaue gestrichelte linie und wenn wir da ausbrechen dann geht es natürlich um dieses gap close bei 17.720 was wir letzte woche freitag gebildet haben und was wir im wochenchart auch im tageschart hier entsprechend sehen sollte das gelingen dann wäre hier noch potenzial in richtung 17.770 17.727 ist schon ein ziemliches brett ich schiebe mal kurz den chart für euch zusammen damit ihr seht wie da der widerstandsbereich vom freitag ausschaut ich denke meine hier sieht es sieht man es jetzt richtig gut wie der widerstandsbereich vom freitag ausschaut war dann schon ein ziemliches brett gewesen wenn wir da hochlaufen dann wäre das in richtung 17.770 der nächste widerstand was man jetzt hier nicht sieht wäre dann das nfp hoch so richtung 17.800 830 war das gewesen aber da müsste der markt erstmal überhaupt schaffen aus dieser range raus zu gehen um diesen range charakter vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen gehe ich noch mal mit euch in den offline chart quatsch in den chart rein rund um die uhr und dann schiebt man das ganze hier uns auch noch mal her und dann seht ihr hier da sieht man doch recht gut diesen range charakter den der dax hier jetzt inner hat mit dem wenn man es richtig breit sieht mit dem tages hoch vom dienstag also ich denke mal das sieht hier auch im blinder mit krückstock dass wir hier entsprechende hochpunkte haben an denen der markt hier erstmal abgebreitet ist und wie gesagt da müssen wir jetzt entscheiden ob es eine trendige struktur er gibt die den markt hier nach oben bringt durch den widerstandsbereich oder bleibt die range eine range und genauso wie man das im chart rund um die uhr im tagesschart analysiert haben geht der markt dann eher aus dieser trendstruktur die wir jetzt erhalten wieder nach unten hier in den entsprechenden unterstützungsbereich hinein der ja auch relativ prominent jetzt durch das tagestief vom dienstag und die beiden oberneight tiefs vom mittwoch und jetzt auch vom donnerstag dort markiert oder geprintet worden sind kommen wir als nächstes nachdem wir uns die oberseite angeschaut haben zur unterseite also fällt der dax durch das 8 uhr tief hier bei 17.483 dann wäre erstmal ziel gap close von 22 uhr gestern dann sind wir in den unterstützungsbereich der sich ergibt aus dem tief von gestern abend und dem frühen tief im chart 8 bis 22 uhr bei 17.377 knapp darunter mit 17.354 ist noch ein xetra gap zu schließen vom dienstag und der point of control liegt bei 17.339 also von hier unten aus könnte sich dann das alternative long szenario ergeben im sinne der range auf etwas höherem niveau sollte sich die abwärts bewegung weiter fortsetzen wir also nachdem wir hier und das gap geschlossen haben uns nur bis 17.400 erholen und geht es dann weiter nach unten dann wäre das ziel in richtung der oberneight tiefs vom mittwoch und von heute vom donnerstag bei 17.276 so wie es hier da steht overnight tief mittwoch und das heutige overnight tief hier orange gestrichelt bei 17.266 gerundet und auch hier ganz klar kann der markt natürlich in das alternative long szenario rüber gehen wichtig wäre dann dass wir schnell über das tagestief von gestern drüber gehen also über die 17.377 und dann hier nach oben zu steigen sollte das nicht gelingt dann besteht hier die möglichkeit dass der dax nach unten fällt denn in den nächsten unterstützungsbereich richtung 17.173 dann von dort aus dann weiter nach unten wieder in die richtung der unterstützung aus dem tagesschart heraus und in richtung des tagestiefs vom montag also der unterstützungsbereich war bei 17.063 bis 17.004 und das tagestief am montag 17.020 21 gewesen dann hätte sich also die lunte im wochenschart in luft aufgelöst wenn dir das kurze video wieder gefallen hat lass gerne einen kommentar da ob du das genauso siehst oder anders siehst und dann natürlich darfst du gerne mir einen daumen nach oben lassen du darfst natürlich den kanal abonnieren oder am ende auch die glocke aktivieren denn morgen früh bin ich wieder live on stage hier bei youtube im live stream also wenn du die glocke aktiviert hast dann wird ja auch direkt angezeigt dass wieder ein stream von mir startet bis morgen früh und dann euch gute und erfolgreiche trades bis dahin ciao ciao euer heiko